Hallo und herzlich willkommen in dieser spannenden Folge, denn heute geht es um den Mythos. Was ist dran an der Pillenpause und dieser Abbruch oder Entzugsblutung? Macht die überhaupt medizinischen Sinn? Nicht nur durch die Präsenz von vielen namhaften Comedians, Moderatorinnen, ist dieses Thema immer, immer mehr präsent. Und ich werde auch immer mehr gefragt, macht es eigentlich Sinn, die Pille einfach durchzunehmen, um so, um die Periode drumherum zu kommen. Dieser Trend ist auch der USA geschuldet, die dort sehr viel die Pille im Langzeitzyklus nimmt. Das ist nämlich die offizielle Bezeichnung, wenn man die Pille nicht diese 28 Tage quasi nimmt und dann eine siebentägige Pause macht, sondern eben länger als ein Zyklus durchnimmt. Und das Verrückte oder was ich einfach als verrückt empfinde, ist, dass darüber kaum Wissen herrscht. Was ist denn eigentlich da dran? Kann ich die Pille überhaupt länger durchnehmen? Hat das irgendwelche Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen? Mache ich damit steril oder dadurch, dass ich natürlich bei einer Kombinationspille keinen Eisprung habe, habe ich dadurch eine längere Fruchtbarkeitsphase im Alter? Da gibt es viele Mythen und Fragen, die wir heute auch beantworten wollen. Nur was ich da skurril an der ganzen Geschichte finde, ist, dass diese Methode schon relativ lange gibt und bei vielen Erkrankungen, gynäkologischen Erkrankungen auch zum Einsatz kommt. Nehmen wir zum Beispiel ein ausgeprägtes PMS, also ein Prämenstruelles Syndrom, starke Regelblutungen, die hinführen bis zu einer Blutarmut, eine starke Migräne, Akne. All diese Indikationen, diese medizinischen Indikationen, sind ein Grund, die Pille länger zu nehmen als diesen einen Monat. Neben den ganzen medizinischen Gründen, die dafür sprechen, die Pille durchzunehmen, kommt jetzt immer mehr der Trend, okay, ich habe keine Lust auf meine Periode. Und das kann man, glaube ich, auch verstehen und wenn man sich mal überlegt, wie das prähistorisch aussah bei der Frau vor vielen tausend Jahren, die hatte natürlich viel mehr Kinder, die hat viel länger gestillt, hatte deswegen natürlich auch viel weniger oft ihre Periode. 50 Mal im Schnitt hatte die ihre Periode im Leben. Wie wenig das ist gegen den 450 Mal, die eine normale Frau mit zwei Kindern heutzutage in ihrem Leben hat. Und deswegen ist natürlich dieser Trend verständlich, dass man sagt, Leute, ich blute so oft jeden Monat, ich möchte einfach mal eine Pause haben. Die Frage, die sich aber auch stellt, okay, wir wissen, dass das potenziell möglich ist, macht es medizinisch überhaupt Sinn, das zu machen? Und vor allem hat es irgendwelche Risiken, diese Pille durchzunehmen? Das besprechen wir jetzt. Schauen wir uns erstmal die Risiken und Nebenwirkungsprofile an, die jetzt so eine längere Pilleneinnahme mit sich bringen würde. Da gibt es mittlerweile auch relativ viele und auch gute Studien zu, dass die Nebenwirkungsrate gleichzusetzen ist mit der normalen Pilleneinnahme. Da gibt es also keine Veränderung. Was die lange Sicht angeht, wissen wir noch nicht so gut, weil es natürlich diesen Mechanismus noch nicht so lange gibt über viele Jahrzehnte. Wir wissen, dass die dreimonatige Einnahme, also ein Vierteljahr durchnehmen, mutmaßlich keinen Langzeiteffekt hat, also keine Langzeitfolgen hat. Diese drei Monate ist auch das, was die meisten Gynäkologinnen und Gynäkologen empfehlen würden, wenn man sagt, okay, ich möchte meine Periode erstmal nicht haben. Dann würde man empfehlen, okay, nehmen Sie sie drei Monate durch, dann machen wir den Cut und diese Entzugsblutung und dann können wir wieder die drei Monate starten, weil man darüber hinaus noch nicht gänzlich weiß, was passieren könnte. Es ist zu vermuten, dass auch das keine Langzeitfolgen hat, aber wir wissen es eben noch nicht. Und bevor da irgendein Gynäkologe sehr mutig ist und sagt, nehmen Sie es einfach mal ein Jahr lang durch, wird man natürlich eher auf die Entzugsblutung zurückgreifen und sagen, okay, wir machen irgendwo mal nach einem Vierteljahr einen Cut und dann hat man viermal im Jahr die Periode. Also das wäre etwas, was gehen würde. Viele fragen sich natürlich auch zu Recht, macht denn diese Entzugsblutung, diese Abbruchblutung medizinisch überhaupt Sinn? Und da muss man sagen, nein, macht sie eigentlich nicht. Man muss aber auch dazu sagen, viele Frauen möchten das tatsächlich gerne, fühlen sich dann gereinigt, fühlen sich dann in ihrem Alltag bestätigt, wenn es wirklich Monat für Monat eine Blutung gibt. Aber medizinisch gesehen macht diese Abbruchblutung, diese Hormonentzugsblutung keinen wirklichen Sinn. Denn durch diese meisten Kombinationspillen, also das ist ja dann das Östrogen in das Gesta-Gen, wird die Schleimhaut gar nicht erst so umgewandelt, dass die in diese proliferative Phase kommt, also in diese aufbauende Phase, sondern die bleibt stagniert an einem gewissen Level. Das heißt, diesen Reinigungseffekt, den man ja vielleicht sich oft denken kann, den gibt es so in dem Sinne gar nicht. Zumal es durch diese meisten oralen Kombinationspillen gar nicht erst zum Eisprung kommt. Das heißt, die Eizellen verbleiben im Eierstock. Es kommt gar nicht zu der Ovulation. Sogenannte Ovulationshämmer. Das sind nicht immer diese Kombinationspillen. Es gibt auch Gesta-Gen-betonte Pillen, die die Eisprünge verhindern können. Aber auch das macht rein medizinisch keinen Sinn, wenn es nicht zum Eisprung gekommen ist, da eine Blutung zu verursachen. Also nein, medizinisch Sinn macht es in dem Sinne erstmal nicht. Aber, und das darf man nicht vergessen, bevor jetzt alle zu ihren Gynäkologen laufen und sagen, ich möchte die Pille durchnehmen. Du führst deinem Körper extern Hormone zu. Du bringst deinen kompletten autarken Hormonstatus komplett durcheinander. Dein ganzes System bringst du durcheinander. Es ist für die Hypophyse zum Beispiel vielleicht gar nicht so schlecht. Wissen wir noch nicht. Aber rein logisch ist es vielleicht gar nicht so schlecht zu sagen, wir nehmen da dem Körper die Hormone weg, die extern zugeführt werden. Sprich, wir kriegen diese Entzugsblutung. Und die Hypophyse, also Zwischenhirn, fängt wieder an zu arbeiten. Oh, da sind Hormone weg. Ich muss vielleicht doch was machen. Wenn man die so einfreezt durch die ständige Hormongabe, kann man sich überlegen, ob das vielleicht doch Langzeitfolgen auch auf dieser hypophyseren Ebene haben könnte. Das heißt, man muss wirklich gut abwägen, ob man diese Pilleneinnahme im langen Zyklus möchte. Wenn man mal eine große Reise oder einen Urlaub vor sich hat, oder es gerade wegen Prüfungen vielleicht nicht passt, kann man das ja mal einstreuen. Aber das jetzt komplett ein Jahr durchzunehmen, quasi die Pille. Das sollte man sich doch sehr, sehr gut überlegen. Unterm Strich kenne ich euch natürlich auch alle nicht. Ihr habt vielleicht Vorerkrankungen, ihr habt vielleicht eine andere Medikamenteneinnahme, ihr habt vielleicht andere Dinge in der Vorgeschichte eurer Familie, die ich so nicht kenne. Das heißt, ihr müsst es unbedingt, diese Entscheidung, auch mit euren zuständigen Gynäkologinnen und Gynäkologen abklären. Das kann ich nicht einfach pauschal hier aus der Ferne euch raten oder empfehlen. Ich sage euch nur, es gibt die Möglichkeit, es hat mutmaßlich keine Langzeitfolgen und wenig bis übersichtliche Nebenwirkungen. Aber das müsst ihr bitte mit euren Gynäkologen entscheiden. So, Freunde, so sieht es aus. Das hat tatsächlich auch viele überrascht, dass diese Entzugsblutung keine normale Periode in dem Sinne ist. Und es hat auch viele überrascht, dass man den Eisprung quasi einfriert, dass man keinen Eisprung hat mit den meisten Pillen, die draußen kursieren. Das ist tatsächlich so. Aber bevor jetzt alle denken, geil, ich nehme die Pille durch, dann habe ich meine Eizellen gesaved und die sind dann wie eingefroren und dann kann ich bis ich 50 bin noch ganz viele Eisprünge haben. Das stimmt so auch nicht. Bei den Eizellen ist es tatsächlich so, unabhängig von Pilleneinnahmen, Hormonzufuhr, werden die immer weniger und werden auch die Eisprünge ab dem 30. Lebensjahr immer unregelmäßiger. Das heißt nicht, dass du nach dem 30. Lebensjahr keine Eisprünge mehr hast, aber es kann immer mal wieder ein Zyklus mehr dazwischen sein, wo du gar keinen Eisprung hast und die Eizellen, die ja zurückbleiben im Eierstock, denn es sind ja sehr viele Millionen bei Geburt angelegt, sehr wenige hunderttausend kommen dann bis zur Pubertät und wenige hundert nur finden quasi den Weg aus dem Eierstock in den Eileiter. Und von diesen wenigen hundert gehen die meisten zugrunde durch den eigenen Körper. Wir bauen also quasi, oder ihr, ich ja nicht, aber ihr baut eure eigenen Eizellen irgendwann selbst ab und das ist unabhängig davon, ob ihr jetzt die Pille durchnehmt oder eben nicht oder gar keine Pille nehmt. Das solltet ihr da in dem Sinne auch wissen. Ich hoffe, dieser Beitrag war einigermaßen informativ und lehrreich. Ich habe viele Fragen in letzter Zeit dazu bekommen und ich hoffe, jetzt ist etwas Klarheit drin, wenn wir das zusammenfassen. Pille im Langzeitzyklus gibt es schon lange. Der Trend, ich möchte meine Periode aussetzen, den gibt es auch schon. Der ist jetzt gerade riesig geworden und ist auch per se möglich, aber immer mit so einem kleinen Aber im Hinterkopf. Man sollte schon bedenken, was man da macht und ob das medizinisch so sinnvoll ist, je nach eurer Vorgeschichte auch. In dem Sinne, abonnieren, nicht vergessen. Wisst ihr, dass das eigentlich spiegelverkehrt ist, wenn ich das aufnehme? Abonnieren, nicht vergessen. Schaut auch mal bei Instagram vorbei unter richtigschwanger und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, bis dahin und bye bye. And we say goodbye, bye, 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 bye. Der Kaffee ist schon wieder Kaffee. Der Kaffee ist schon wieder Kaffee ist schon wieder Kaffee.